Es ist das erste Urteil gegen einen Spitzmanager im Prozess um manipulierte Dieselautos im VW-Konzern. Das Landgericht München hat den ehemaligen Audi-Chef Stadler wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Außerdem muss er ein Bußgeld von 1,1 Millionen Euro zahlen. Stadler hatte gestanden, den Verkauf von manipulierten Dieselautos in Europa viel zu spät gestoppt zu haben. Ohne dieses Geständnis hätte ihm eine Haftstrafe gedroht. Mit angeklagt waren auch der frühere Leiter der Audi-Motoren-Entwicklung und ein ehemaliger leitender Ingenieur. Sie bekamen Bewährungsstrafen von zwei Jahren bzw. einem Jahr und neun Monaten.